Oh, man. Oh, nein. Oh, nein, nein, nein. Oh, Gott. Oh, nein. Dad, ich will den Floh nicht unterbrechen, aber gibst du mir den Reis? Oh, Gott. Das ist Butter. Weißt du was? Butter ist besser. Sie haben sieben Tage Zeit zu bezahlen. Sieben? Alles wird gut, Bart. Glücklich? Hoffnungsvoll? Knutschelippen? Stopp, bitte. Oh, mein Gott. Luise, geh nicht da runter. Das ist ja pfällig. Wolltest du wie eine Wahnsinnige mit den Armen bedeln, während du ins Loch fällst? Denn wenn ja, war es perfekt. Ja, es lief super. Ist da die Polizei? Ich würde gerne eine Sache melden. Die passiert ist. Was werden wir tun? Ideen. Los. Was ist das? Nein, 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 nein. Ich bin so nervös. Ich weiß, ist das zu glauben. Tada! Oh, oh. Oh nein. Das ist ein was für dich. Sohn eines Hinterns. Hm, das ist schön. Ich weiß, ich weiß. Nicht meinen Sesam runterrubbeln. Mach ich nicht. Keine Sorge. Sie sind ein süßes Paar. Ich gebe Ihnen ein, ja. Ich gebe Ihnen ein, ja. Ich gebe Ihnen ein, ja. Vielen Dank.